Hallo Dominion-Freunde, ich wollte euch jetzt mal die Kombo zeigen vom Eremit und dem Marktplatz in Kombination mit dem Verrückten. Ich zeige mal eben alle Karten, dann könnt ihr sie euch, wenn ihr noch nicht kennt, wenn ihr sie nicht kennt und Pause macht im Video, mal durchlesen. Und ja, ich habe ja gefragt, ob ihr die Kombo schon kennt und ob ich mal ein Video dazu machen soll und naja, die sieben Leute, die geantwortet haben, haben alle bisher gesagt bei der Umfrage, ich soll mal ein Video dazu machen. Von daher zeige ich euch jetzt mal, wie das funktioniert. Das Ganze basiert darauf, dass wir einen Megazug hinlegen, indem wir mit dem Marktplatz, mit der Reaktion vom Marktplatz uns jede Menge Gold holen und mit dem Verrückten ganz viele Karten ziehen und dann durch den Marktplatz auch genug Käufe haben, um das Ganze Gold zu nutzen. Also am Anfang fangen wir an, dass wir zwei Eremiten kaufen. Dann wollen wir weiterhin mit den Eremiten Eremiten nehmen und dann einen guten Mix aus Eremiten und Marktplätzen. Jetzt können wir zum Beispiel zwei Marktplätze nehmen. Wir nehmen uns Verrückte, wenn es Sinn macht. Hier würde ich gerne lieber zwei Sachen kaufen. Wir heben unsere Verrückten alle auf. Auch wenn wir dadurch solche Züge haben, wo nichts passiert. Hier könnte ich natürlich Verrückten spielen um zwei an. Ne, ich mache lieber so. Na gut, ist auch egal. Ich hole mir einen neuen Verrückten. Wenn man effektiv ohne richtigen Gegner spielt oder wenn der Gegner bzw. der Gegner die Kombo nicht macht, dann müsst ihr auch nicht so sehr aufpassen, was ihr in welcher Reihenfolge holt. Ihr solltet nur am Ende. Na, werden wir mal sehen. Es hat sich auch ein bisschen geändert. Dadurch, dass man mit dem Eremiten jetzt nicht mehr entsorgt, wenn man verrückt nimmt, sondern den Eremiten zurücklegt, hat man jetzt Zugriff auf deutlich mehr Eremiten. Ah, der Gegner spielt eine Mega-Sauna-Kette hier. Können was entsorgen. Wir haben schon vier Verrückte jetzt. Man möchte, denke ich mal, ungefähr sechs haben. Und dann so viele Marktplätze wie möglich. Und darauf achten, dass wir eine Karte übrig haben im Deck, die wir entsorgen können. Das heißt, in dem Fall entsorge ich jetzt nicht das Anwesen. Holen wir einen neuen Verrückten. Das ist der fünfte. Und dann holen wir uns noch unseren sechsten. Habe ich noch einen Eremiten dann übrig? Ich denke schon. So, zu diesem Zeitpunkt jetzt, wo wir dann sechs Verrückte haben, noch einen Eremiten, können wir schon langsam daran denken, dass es unser Deck losgehen soll. Also, dass die Kombo starten soll. Allerdings hier können wir noch nicht. Und dann holen wir uns noch einen zweiten Eremiten, um noch die Entsorgungsmarktplatzentsorgung noch öfter auszulösen. So, noch zwei Eremiten. Und wenn wir jetzt so eine Starthand haben von zwei Verrückten, dann können wir loslegen und erstmal die Verrückten spielen. Wir spielen einen Verrückten, wir spielen den zweiten Verrückten, wir spielen den dritten Verrückten. Das zieht unser ganzes Deck. Jetzt haben wir alles auf der Hand. Wir haben unsere sechs Marktplätze, wir haben Eremiten, ein Anwesen. Jetzt beginnt die Magie. Wir entsorgen ein Anwesen, reagieren sechsmal mit Marktplatz darauf, um uns sechs Gold zu nehmen und holen uns ein neues Anwesen. Spielen einen Verrückten, um alles wieder zu ziehen. Jetzt haben wir zwar nicht komplett alles gezogen, aber ausreichend, wir entsorgen wieder ein Anwesen. Legen die Marktplätze ab, holen uns ein neues Anwesen, spielen den Verrückten, spielen den letzten Eremiten, entsorgen wieder ein Anwesen, reagieren mit allen Marktplätzen und nehmen uns einen Marktplatz. Wir spielen den letzten Verrückten und jetzt können wir alle unsere Marktplätze für die Käufe spielen. Wir haben 16 Gold, sieben Kupfer auf der Hand und 55 Münzen. Also von daher, es hat ganz gut geklappt. Sechs Verrückte sind sehr gut. Wenn es die Zeit eng wird, kann man es auch mal mit fünf machen. Und Zeit eng wird, meine ich in dem Sinne, dass der Gegner schon so viele Provinzen kauft, weil natürlich nach diesem Megazug habt ihr zwar ein Deck mit einem Haufen Gold, was sich okay spielt, ihr könnt ab und zu noch Provinzen und Herzogtümer dann kaufen, aber natürlich nicht mehr so viel. Und jetzt haben wir hier einen Zug, 15 Sieg gehabt mit 40 Punkten. Ihr seht schon, es ist jetzt nicht das schnellste Spiel und manchmal gibt es Angriffe, die die ganze Kombo deutlich schlechter machen beziehungsweise auch verhindern. Wenn der Gegner jede Runde Miliz spielen kann, ist euer Verrückter halt extrem viel schlechter und es lohnt sich häufig nicht mehr darauf zu gehen. Außerdem ist der Eremit Verrückte generell eine sehr gute Engine-Karte, was die Engines an sich schneller macht, sodass es durchaus hier in dem Königreich auch Spieler geben würde, die sicherlich vor 15 Punkten schon das Spiel beenden könnten. Gerade weil man hier kein Punkte-Polster hat, was der Gegner erstmal überwinden muss. Man hat die ganze Zeit immer nur ein bis drei Punkte. Nichtsdestotrotz ist es eine sehr coole Kombo, wo man auch mal mit verblüffen kann, die Mitspieler, gerade wenn sie es noch nicht kennen und macht immer wieder Spaß, dann diesen Megazug zu spielen. Ich denke, wir machen das Ganze nochmal, einfach für die Übung. Wir ignorieren einfach alles andere, was es hier gibt. Wir haben hier Sir Michael, ich hoffe, der Gegner kauft es nicht. Ansonsten haben wir ein kleines Problem. Wir machen weiter mit. Wir gucken, wie viel... Wie viel Verrückte wir haben jeweils. Ach, der Gegner hat es gekauft. Okay, aber es ist der Bot, er wird es nicht jede Runde spielen. Bringt es was, das jetzt zu machen? Wir können uns relativ sicher wieder drei neue holen. Aber dann müssen wir wieder nur Eremiten nehmen. Ne, ne. Wir machen einfach weiter mit unserem Plan. Sorgen noch einen Anwesen. Nehmen neuen Eremiten. Beenden die Reaktion, beenden die Käufe. Man könnte hier Silber kaufen. Das ist vielleicht nicht so dumm. Mache ich dann gegen Ende mal, denke ich. Erstmal noch nicht. Wir haben drei Verrückte. Jetzt kommt der vierte. Also wir wollen fünf bis sechs Verrückte haben im Deck. Wir wollen... Oh, der Gegner entsorgt mir hier. Meine Eremiten. Mit Sir Michael. Also, ihr seht, manche Angriffe nerven. Ich hole mir mal hier zwei Marktplätze. So, ich habe fünf Verrückte. Ich habe noch zwei Eremiten im Deck. Das heißt, ich möchte einen Marktplatz haben. Fünf Marktplätze ist eigentlich ganz okay. Ach, seht ihr? Ich habe ja jetzt gar kein Anwesen mehr. Fünf Verrückte hatte ich. Das heißt, ich kaufe Marktplatz. Ich muss irgendwas zum Entsorgen noch haben eigentlich. Dann kaufe ich einen Fluch. Und jetzt schauen wir mal, wie gut das Ganze ist, wenn man nur fünf Verrückte hat, oder? Eins, zwei, drei. Wir haben unseren Fluch, den wir entsorgen können. Oh, man kann ja auf alle drücken. Sehr gut. Nehmen uns ein Anwesen. Ziehen alles. Sorgen das Anwesen. Wenn hier nicht das Anwesen zieht, ein bisschen Pech gehabt, muss man Marktplätze spielen, bis man das zieht. Ist dann halt so. Oder man muss den zweiten Verrückten spielen, um das alles nochmal ein bisschen schwächer machen. So, wir hatten ja einen Eremit auch weniger. Und nur fünf Verrückte. Von daher war das von der Balance her auch okay. Wir können vier Provinzen ein Herzogtum kaufen. Also, ihr seht, es hätte sich vermutlich gelohnt, noch ein bisschen zu warten. Allerdings ist jetzt auch das nicht allzu schlimm. Und wir können jetzt halt die Provinzen später kaufen. Und der Gegner war doch auch noch nicht ansatzweise so weit. Und hat jetzt die Provinz gekauft. Also, manche Angriffe stören. Entsorgerangriffe können euch ein bisschen nerven. Wenn der Gegner jetzt gut gewesen wäre und Sir Micah jede Runde gespielt hätte, dann hätte man die Strategie nicht machen können. Ja, ich hoffe, es war interessant für euch. Und ihr probiert die Kombo selbst mal aus. Viel Spaß damit. Ciao.